das müssen wir auf wir müssen kommen ja ich habe jetzt noch so eine Werte in der Nähe ich habe jetzt einen Monat habe ich den Mächte so so ich denke es ist erledigt mein guter das kann sich auch mit dem auch passieren lassen beschädigt werden soll er da steht so von wegen erben und mal wer ist statt denn mit so du kannst nichts und sich noch mal sammeln von mir in der die Schilderstörte das ist das ist ja jeden Tag daher aber ich bin von diesen fünf Monaten und dann ja das ist eine große Frage ich bin ich bin ich bin das Haus das Haus und ich bezweifle, dass der Typ mich da durchlässt Alter, das ist mein Drache wie gesagt, ich bezweifle, dass er mich durchlässt, weil ich keinen Hut habe, aber großartig wäre es mal zu wissen ich meine, ich habe eine Marke also musst du mich doch durchlassen ah, toll ich habe eine Marke wiedergeborener Dämon so sehr schön aus mit den Apollchen da ok ok na, Welttour hm was kriegen wir denn hier noch? das ist alles Auto alles nicht mehr Mandeln das ärgte mich auch hm ne ach ah dankeschön hm 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 und er ist schön das sollte die c aus du kannst wieder stehen schon mal ob ich das kann schön was kriege ich jetzt wir sind gerecht super die Randi und zwischen Sagen und so und zu widerstehen ja kommen hier Lärmaufgabe ja klar Marke sehr schön ich bin sehr viel nötiges Zeug dran bitte für meinen Bruder und schlug den Westen zu machen umlaufen umlaufen Guten Tag, der Herr. Was möchte er denn von mir? Achso. Ja, komm hier. Konsum ist voll, ne? Super. Grandios, das finde ich so toll. Hm. Ach, hier Pfeile, braucht keine Schweinedinger. So, hier, bitteschön. Was hast du noch? Wie viel das rein? Na, so gut, das nichts. Hm, ziemlich viel, würde ich mal sagen. Na gut, dann wird es jetzt, denke ich, mal Zeit. Ja, wird es mal Zeit, dass wir mal ein Talent erlernen, würde ich sagen. Ach nee, halt mal, wir haben ja noch Quests. Dann machen wir... Was soll denn da arbeiten? Da, Dankeschön. Hallo, Jun. Also, Ulrich kann ich so... Was soll denn da? Ich kann hier, ich weiß nicht, wo ich weiß, nicht mehr. Ich muss doch von der ganzen Schiffen, aber auch von der ganzen Schiffen haben, der ganzen Schiffen, der ganzen Schiffen haben, das ist so wichtig. Nein, das ist aber keine Stille, das ist, dass du deinen eigenen Schiffen hast. Aber das wird nicht mehr so möglich. Du sagst, das ist alles, was euch mal anwaltendet. Was solltet ihr denn da? die restlichen Quester vor machen auch nichts machen es ist gefährlich ausschütteln das ist schon auf den Bergpaus was was ja du hast gut ist ich weiß welches erz wollte er denn schon mal ganz kurz die Knie verdammt haben müssen ja abzugeben schickt die damit ist er zu wollen die es gibt sie zu spannen ist ein paar Ziele die Dienste die Schirr in der Tat ist es gilt zu sein ich glaube ich hätte wirklich wer gedacht bergbaulärm ein bergbaulärm das ist etwas mehr meistens interessiert gut das warst du eigentlich schon ne hoff ich mal dringen wir gleich wieder auf wir sagen jetzt gehen wir erstmal einen Haufen Zeug ab war aber eine Freude ja 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 naja mit dem weh das ist kein guter Stoff hier ne boah was mit dem hier ja 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 ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich bin unterwegs Das war's für heute. Ach ja. Wir ziehen eh das schon an, das ist ausreicher Mädchen. Die. 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 Vonnie? Hm. Ah. Oh.